J-Bowocke melden sich mit neuer Single und neuem Musikvideo zurück. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt, deshalb freut es mich ganz besonders die Herrschaften erneut bei mir im HighwayTV Rockblog begrüßen zu dürfen. Ich habe gesagt, bevor wir ein bisschen über die Pläne und Ideen für 2014 reden, machen wir so ein bisschen ein Resümee. Was hat sich 2013 bei euch getan? 2013 haben wir viel live gespürt, also so viel es gegangen ist. Man hat ja private Sachen auch. Und ja, wir haben uns vorbereitet eigentlich für die Single-M, die jetzt da kommt und Song gewartet. Also angefangen nochmal Songs zum Suchen, Songmaterial auszusuchen fürs neue Album. Ihr steckt da nämlich mitten in der Studieproduktion fürs neue Album, oder? Wie läuft's, wann kann man damit rechnen? Ja, wir stecken mittendrin und stecken glaube ich noch ein bisschen länger drin. Aber es wird, also wir hoffen, dass wir im Sommer fertig sind mit den Songs. Und dann Ende Sommer dann releasen wir das Album. Okay. Die neue Single erscheint jetzt dann. Wie heißt sie? Um was geht's so ein bisschen? Die neue Single heißt Ride On Music und Ride On Music heißt, wenn man jetzt da das so umschreibt, dass man einfach sein Weg treu bleibt. Dass man nicht aufgibt, wenn man irgendwelche Ziele hat. Immer wieder nach vorne schaut, wenn man jetzt zum Beispiel Musiker ist oder einen Stil hat, dass man den trotzdem weiterverfolgt. Weil man hat nur das eine Leben. Und meistens, also weiß ich nicht, vielleicht gibt's solche, die mehr haben. Man weiß es nicht. Man weiß es ja nicht. Aber das sollte man halt dann so, das Ziel, was man hat, immer verfolgen. Ihr habt passend dazu auch ein Musikvideo gedreht. Erzählt es einmal ein bisschen, wie ist das Ganze entstanden? Wo habt ihr das gemacht? Wer hat mitgewirkt? Du mal. Nein, erzähl das nur. Okay, mach du das. Wir müssen ein paar sehr gut im Passiv sein. Ja, ich merke das, ja. Handsome-Look ist in einer vielen Talente, gell? Ja, ja, ja. Wir können sehr gut passiv sein. Ich habe ein Video mit dem Howdy, den Howdy Dread kennt man eigentlich schon. Und wir haben einen Hauptdarsteller gebraucht für das Video und der Beste, der uns, also das hat einfach gepasst zur Geschichte, zur Message, zu allem. Und das war der Howdy. Und dann habe ich ihn einmal gefragt und der Howdy war auch gleich dabei. Und dann haben wir das halt so, man wird es daneben im Video sehen. Also es ist so, der Howdy verkörpert, wenn der sein Trauma verfolgt und lässt sich nicht abbringen davon. Und das läuft auch gut, so gesehen. Das sieht man dann im Video. Was habt ihr denn für 2014 noch so geplant? Also Album-Produktion, das steht einmal fest, aber was tut sich sonst doch? 2014 sind wir wieder mehr live unterwegs. Also es gibt schon einige Festivaltermine. Dann mein Studio, wo wir jetzt da sind, noch ein bisschen besser arrangieren, dass die Aufnahmen noch ein bisschen besser werden. Und Songwriten fertig machen. Also es wird nicht langweilig? Nein, langweilig wird uns nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Wenn man jetzt nähere Infos über euch haben will, wo bekommt man eben die ganzen Konzerttermine und Single-CD-Infos? Jbawuki.com oder Facebook und Jbawuki. Mehr gibt es jetzt, glaube ich, nicht von den Websites. Ist ja ausreichend. Ich habe noch so ein bisschen einen Buchstabensalat für euch. Jbawuki. Jetzt geben wir das Buchstabe für Buchstabe durch und ihr sagt es mir passend dazu ein Wort. Und da dürft euch jetzt natürlich alle gerne beteiligen. Fangen wir mal an bei dir mit dem C? Traum. S? Super. C? Schön. War nicht schlecht, ja? H? Hallo. E? E-Gitarre. B? Bravo. E. E-Ese. R? Recording. W? Weltmusik. Weltklasse. Weltklasse. Genau, bravo, super Weltklasse. Entschuldigung, korrigiere, Weltklasse. O? Jetzt wollen wir meinen Esel schon gehabt haben, nehme ich den Ochs. Gleich nachgemacht. Haben wir schon wieder A? Otto. K? Nein. Was? Nein. Jetzt wollte ich Konrad sagen, aber Kilimanjaro. Ja, jetzt bist du mit dem Y last but not least. Ich weiß nicht einmal ein Wort, was so anfängt. Yahu, genau. Yahu. Juhu. So könnte man Ceba Buki natürlich beschreiben. Otto, Konrad, Weltklasse, Yahu. Da bleiben keine Fragen offen. Bleiben keine Fragen offen. Wir schauen uns jetzt dann das Video an und der Song dazu heißt? Ride on Music. Viel Spaß. Musik Everything is coming round, check the sound, come tight enough, but beats ever rough. Original of Kinman, yes, soldier bless. The beautiful world makes me mindset. Musik Come, take me to my place, far away from the city. I keep the fire burning this night so pretty. We are jamming in the woods, our fires burning roots. Tsunami life I can't forget. So here we are. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017